Hey und willkommen zu einem neuen Runde-Parler-Dienst. Lasst einen Bewertung da, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt und viel Spaß. Ich habe vergessen, dass sie zwei Flanker haben. Mist. Ich glaube, die werden ein richtig großes Problem sein, weil sie irgendwie gerade unser ganzes Team auseinandergenommen haben. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht nur auf unseren, äh, auf deren Strix konzentrieren, sondern noch auf deren Flanker. So, und... Ja, weiter. Oh, danke schön. Mief, geh weg. Danke. Tschüss, Strix. Lass mal Dumber auf den Punkt. Tschüss und... Verdammt. Ähm... Müsst auf den Punkt sind. Also... Ja, gerade sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Stehe ich halt auf den Punkt. Kommst du wieder? Ja, ist wahrscheinlich unsichtbar. Ich denke. Ich möchte nicht sterben, bitte. Ich hätte nicht vom Punkt runtergehen sollen. Ich wüsste nicht, dass ich sowieso sterben werde. Ja, gut. Wir haben uns lang genug gehalten. Also, ist schon mal ein Vorteil. Äh, killt ihr hier. Nein! Verdammt. Das Team wurde besiegt. So ein Mist. Ah, jetzt habe ich meine Ulti. Das heißt, ich kann eigentlich alles one-hippen. Mach ich doch mal. Der Mief ist gut. Und ich habe sie verfehlt sein müssen. Oh, da hinten ist irgendjemand. Ich habe den Lebensbalken gesehen. Komm schon. Ich kann halt nicht. Hui. Das Mief ist zuallererst. Der hat ein Drops ist. Naja, vielleicht doch nicht. So, dann müsste ich es halt nicht irgendwie auf alles konzentrieren. Ich habe mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren, sondern eher das, was mir die größte Probleme macht. Dankeschön. Ich bin frei. Hüte. Doppelkill. Ähm. Wie ist es mein ganzes Team? Geh weg. Ich sehe doch, da kommt doch gleich so ein Strix um die Ecke und er schießt mich. Hallo, Jin. Ich möchte irgendjemand bitte zu dem Kart hingehen. Ich hätte mich nicht teleportieren sollen. tschüss und foxes und tricks ach man ich wünsche wie meine video dort immer noch hängt ich habe noch meine ulti also zu nur richtig benutzen verstehst du wieso meine schüsse nicht ankommen wenn ich was ich weiß habe ich direkt aufgezählt weil der mich sehr behalten verstecke ich mir kurz so ihr wollt ihr zu ende und ich bin verdammt ja mann ganz knapp es ist durfte es gerade so einfach lenken konnte ich glaube wir haben verlor ja ach man ja das war echt knapp nur wegen dir muss ich jetzt mal schießen ich stecke in der wand fest ich weiß nicht wieso noch mal die game ist ein zeitpunkt ne gut dann höre ich das jetzt einfach wieder nicht ganz alleine die wir mit dem ganzen team da macht es mir spaß so tschüss sind die gegner ähm nein danke geh weg so ein miss jetzt noch geschafft weil unser sinn zu lernen ich noch mal wischstatt nein ich habe noch was ich habe einfach nur die ganze zeit zu ulti weil ich benutze die ganze zeit nicht weil ich sie nur mit dem moment verwenden möchte deswegen gehe ich jetzt dorthin nutze meine ulti und das war's weil die macht ja auch übers viel schaden gut dass ich jetzt meine ulti nutzen kann weil hier niemand ist die kommen doch gleich nein danke geh weg mal korps ist es schießt immer alles auf mich tschüss ja ich habe nicht bekommen ich weiß es war richtig gemein ich wollte herausfinden ob das passiert okay das sollte ich gerade froh ich habe einfach das late bekommen und hier das ist da und er hat mich leider besser habe ich mir kurz ja und wenn ich gesagt gar gar nicht gesehen ich habe wirklich nur auf gefühl geschossen hat funktioniert da beschwere ich mich nicht ich bräuchte vielleicht ziele mein ulti hat sich mir voll nicht gelohnt da ich hab's ja gleich wieder nein ich habe mich mal lieber so jetzt sind meine presser mienen und jetzt ich glaube der versteckt sich keine lust ist noch irgendwie getötet zu werden und wir haben es geschafft ja wie war das ist bitte kein headshot man hat doch gerade eindeutig gesehen dass ich auf seinen kopf gezielt habe so jetzt ein bisschen die letzte runde wir sind den punkt einnehmen und wieder durchpushen das hätte gerade richtig gut funktioniert ich glaube ich habe auch so ein paar gute picks gemacht was ich jetzt natürlich wiederholen werde ich weiß nicht was tricks ist tschüss mal damm war das ich verstehe es nicht manchmal ist jetzt das headshot wenn man jemand auf den bauch schießt und jetzt gerade eben habe ich seinen kopf gezielt das hat nicht gezählt so auf den punkt herum stehen miene dahinter werfen Ach, Scheiße, nein! Strix hat mich geflankt. Kannst du einstehen? Nein! Ich bin mir so sicher, dass sie einen Punkt hatten. Na gut, wenn wir jetzt alle zusammen respawnen und dorthin gehen und sie wipen, dann wäre es wirklich super. Töne und renne! Tschüss, mein Dumber. Geh weg! So, perfekt. War irgendwie knapp. Nur weil diese Undroxen mich die ganze Zeit verlenken möchte. Geh weg! So. Ich kann. Kann ich die hier endlich in der Rang kleben? Ja, kann ich. Cool. Ich glaube, das ging früher nicht. So. Snapper down. Wo ist er? Geht er schon wieder da hinten? Hm. Ich habe ihn einmal erwischt, aber das würde nicht ausreichen. Warte, ich kann nicht hier unten durchschießen. Oh, oh. Nein. Verdammter Mist. Oh, okay, das hat er schon gut gemacht. Ich finde es auch cool, dass man... Also, eigentlich nicht. Ich finde es eher komisch, dass man in der... ...in der Killcam einfach keine Animationen sieht. Eben ist er auch nicht im Topplay. Das ist voll komisch. Ne, gut. Jetzt... Wir haben es hier schon fast durchgepusht. Ich muss noch nie flüssig werden. Verdammt. Oh, eher Androx ist, weil der mein Problem ist. Oder einfach alle. Ich hätte mein Gewehr nehmen sollen. Also, die Scope-Variante. Ich würde mich nicht verletzen. Aber dann wäre er tot gewesen. So. Miene dahin. Nein. Geh weg. Nein, 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 nein. Nein, du schlägst mich nicht. Das war echt verdammt knapp. Das war so richtig gut. Oh, keiner. Geil. Tschüss. Wo ist dein Strix? Komm schon, zeigt. Dann halt nicht. Gut, ich habe ihn gerade noch gesehen, aber naja. Yay. Das ist eine wunderschöne Runde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst doch eine Bewertung da. Lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.